ok das hier ist noch das gleiche wie zuletzt das wollte ich nicht anmachen weiß gar nicht wer es ausgemacht hat so da geht es wieder hoch und da sind die jäger wo hatten für zauber ich komme schon wieder alle oder ja natürlich wie sollte es auch anders sein könnt ihr das nicht mal alleine regeln ihr miesen spinner was was zum henker war das denn jetzt bitte dieser zauber um warte mal hier der scounter ein höher so bisschen doof gelaufen aber lässt sich jetzt nicht ändern also hier und leider gar nicht auf die doll ist ja hier entlang der eine typ rennt uns auch nicht mehr hinterher komische kasten das ist meine blutechos haben müssen wir da vorne liegen genau so 30.000 zurück so und was bist du weiß ich nicht genau haben wir trotzdem drauf was zum einhieb bringt mich fast um man kann auch noch kombos oder was so weg mit dir alter falter mit sowas gerechnet wo ist hier sieh an ein bleichblut himmel nicht mehr so bleich aus und das tor da hinten ist offen okay schauen wir mal was uns erwartet hier nochmal eben gucken damit ist nichts hallo mit zu hause was so jetzt nicht gecheckt woher kam das nochmal ans alter falter hier ist ein ipad von da oben runter was willst du und für ein penner ich komme jetzt holen da kannst du drauf lassen schnell an der blöden kiste vorbei da komme ich nach oben und klopke dich da weg ein penner was war der knappe kiste nein was macht er ach schön werwolf ist auch noch mit dabei dass wir hier weg oh gott ja so bei eben schnell eingeweihter angriff hat er was gebracht wo hälfte nur komm her wirst du jetzt mal einen angriff machen so ist der werwolf schon mal weg mann 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 die machen wir lieber wieder groß komm her du blöder kasten los blumentopf 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 finished rasendes kaltblut wer schießt denn hier noch hä ach so du wurdest wiederbelebt guckeneister nicht umgebracht was zum was ist das was da bei mir einschlägt dann dort und zu hause genau wo höre ich diese kackglocke wir müssen mal zu opa gehen so war es mit der miesen machenschaften loo loo oh Ich würde ganz gerne irgendwas zur Absicherung haben. Aber das finde ich hier gerade noch nicht. Das stört mich ein wenig. Das ist wieder der eine Opa. Hat uns offenbar noch nicht entdeckt. Mal hier hoch. Was ist da drin? Hier müssen wir sowieso rein. Das ist das. Bad untersuchen. Könnte man machen? Weiß noch nicht wozu es gut ist. Schauen wir erst noch mal ganz kurz hier. Oh da ist die Glockentante oder? Ja. Eine Glockentante. Verdammt. Und jetzt bist du hin. Gibt es doch nicht ey. Jedes Mal holst du die Idioten wieder zurück. Deine Drecksarbeit da machen. So jetzt gucken wir mal ob der Typ der da schießt immer jetzt auch umfällt. Das ist die Glockentante für den war. Untersuchen wir jetzt mal. Tja. 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 Das war sowohl. Da haben die Leute hier null Peil mehr. Was ist hier so los? Keine Ahnung. Hier ist mein Leiter. Wollten wir die runter gehen? Ich weiß nicht. Oh das sieht so aus als könnten wir da nicht wieder hoch. Und da jetzt runter hüpfen. Also endgültige Entscheidung. Jetzt bist du das auf jeden Fall. Im Wagen ist auf jeden Fall nichts. Ist das schon mal gut? Ja. Ja hier. Irgendein Gesabbel. Was ist das? Bisschen eines Verrückten. Klingt so als würde. Wow. Statuen immer. Also was die damit gemacht haben. So keine Ahnung. Versteinerte Knochenhaufen. Ist ja schon bemerkenswert. Ich glaube das sieht noch Boss Area aus. Will ich da noch nicht ganz hin. Sondern würde hier ganz gerne noch mal eben fix gucken. Haben wir nichts. Ach wie mies ey. Wir haben sich damit eingemauert. Erst so das Tor zugemacht. Dann noch so ein Gitter davor. Während die Menschen noch dazwischen waren. Ist schon makaber. Wir sind eines Verrückten. Sollte man sich jetzt mit diesen blöden Kästen hier anlegen. Weiß es nicht. Weiß es absolut nicht. Kannst du zaubern oder so. Alter. Irgendwas kann er. Irgendwas kann er schießen. Die anderen auch. Kommt doch her wenn du dich traust. Dann klären wir das. Von Mann zu Blumenkübel. Jetzt drei von den Kästen. Und die ballern da nur rum oder was. Schön. Super Treffer. Der will es wissen hier. Ich nehme mal mit uns in unsere kleine private Ecke. Und der andere hat getroffen oder was. Zack. Na was sagst du jetzt. Ich glaube deine Freunde da. Die helfen dir immer noch. Alter. Was seid ihr für räudige Gegner. Immer nur einer. Könnt ja fair sein. So. Jetzt komm her du. Jetzt holen wir auch dich du. Komm her Blumentopf. Was machst du da oben? So jetzt. Einmal den und einmal den. Und das war's mit dir. Elender Blumenkübel. Elender Blumenkübel. Hier ist nichts. Oh da ist was. Akansee. Okay. Die alle versteinert sind. Also für irgendwas sind die auf jeden Fall geflüchtet. Es sieht so aus als wollten die hier rauf. Hier unten. Die haben es leider schon aufgegeben gehabt. Naja. Zurecht. Oder was heißt zurecht. Also. Ich will jetzt nicht sagen. Dass das klug ist. Aber. Offenbar. Ist das was da war. Stärker gewesen als sie. Und. Hat nun das Leben gekostet. Dann wären wir wieder hier. Okay. Ja. Wenn wir mal zum Boss war. Ist aber schon groß passieren. Ein 40.000 Seelen die wir dann verlieren können. Wollen wir noch einen futtern. Gibt echt nice aus. Oh Sequenz. Gut. Mehrere Leute die Glocken läuten. Das wird eine Genki-Dama. Was zum. Äh. Hey Schmodder-Bert. Was. I. Oh. Oh Gott. Ist das widerlich. Und ihr Idioten mit der Glocken seid doch an Schuld. Egal welche Farbe eine Genki-Dama hat. Ja er da oben ist der Obermods. Okay. Was zum Henker. Was war das? Was ist da hinter mir eingeschlagen? Gibt es hier einen Weg zu euch nach oben? Ey wenn ja. Dann. Oh Gott. Ich hab' den Arm gesehen. Haha. Einschlag willst du mich verarschen? What the fuck? Einschlag. Was zum Henker? First try. Ja das war bei dem Boss. Für den Bossen first try. Fuck. Death-Counter ein. Hör. Was zum. Ja genau. Ja scheiße. Den ganzen Weg nochmal ey. Ja. Weg mit euch. Ich sehe es schon kommen ne. Weil man da jetzt durchrennt. Genau deswegen stirbt man jetzt auf dem Weg. Ja. Du dachtest ich mach' den easy flockig. Den mach' ich auch easy flockig. Das sehe ich noch nicht als try. Ich hab' noch nicht mal angefangen. Haha. Das war kein first, kein second. Nicht mal nen... Ein... Ein half try. Ja. Doch du bist weggelaufen. Ne ich bin nicht weggelaufen. Ich glaub' das hast du falsch interpretiert. EiiiieiIEiIEiIEIIEIIEIIEIIEIIEIEIILIIEIIEIIEIIEIIEIIEIIEIIEIIEIIEIIEIIEIIEIEI, das kann jetzt was werden. Oh, shit Läuft nicht ganz so geschmeidig So, einmal eben Schön zickzack rennen Alter, verpiss ich Ja genau, und der andere schießt mir den Rücken Junge Lass mich da durch Alter Wo sind meine Seelen Wo sind meine Echos Da Die komme ich jetzt erstmal holen Und jetzt komme ich die Penner holen Da ist eine Treppe So Der Wiedergeborene ist das, Alter So heißt der So Die So ein Scheiß macht die nicht mit mir hier Nein Oh, wahnsinnige So Das hier wird jetzt der First Try Andere war kein Trial Das war eine Begrüßung So Die sind jetzt alle tot Ne, da hinten steht noch einer Ich glaub's ja nicht Bist du denn da hingekommen Mann, nix Ich komme mich jetzt auch noch holen Hör auf damit So, und jetzt bist du dran Was wird das denn? Ich weiß es nicht Oh, weg Oh, weg Oh Was zum Da tritt der aus Ey Was war das denn bitte? Was war das denn bitte? Da wirft der da irgendeinen Schmodder runter Der ist total easy Nur die Magier sind schwierig Äh, ich find den Boss auch nicht schwierig Aber wenn der mich mit einem Schlag direkt umbringt Ähm Ich bitte dich Also Ich weiß ja nicht welchen Level du zu dem Zeitpunkt gehabt hast Wo du dort gewesen bist Vermutlich Level 120 Also schön vorher Level gefarmt Ha, Hund angesprungen Sieh, siehste mal wie das ist So Ich glaube aber ich mache Ich weiß jetzt was ich mache Ich renne jetzt Ist immer noch ein Hund Ja Ja du hast die First Try gemacht mit Magiern Das Problem ist Du hattest einen weit höheren Level als ich Sonst wirst du wohl kaum Mehr als einen Treffer von ihm überlebt haben Weil Das liegt ja jetzt nicht an meinem Unvermögen Sag ich jetzt mal Dass ich keine Treffer aushalte Das können wir gleich gucken Ich muss hier erstmal zickzack rennen So Wo habe ich meine Seelen verloren Oh oh Weg Spring Wo habe ich die verloren Wo sind meine Kack Blutechos Alter Oh nein Das wird wieder in Arkanen scheiß Alter Warum haust du denn nicht Guck mal Die schießen Die ganze Zeit Mit irgendwelchen Lila Gedöns ab Was soll das Die machen den glaube ich stärker Oder so Ich bin da gerade nicht sicher Da unten sind sie Sehr schön Und eben stand da glaube ich da drauf Oder so Ich komme dich gleich holen Mein Freund Jedes 40 in Energie Könnte Wichtig sein Oh Gott Was wird das jetzt wieder Lass das Ich hole mir jetzt meine Blutechos Sind schon Boah 55.000 Was auch immer das jetzt Alter Oh Gott Da geht das schon wieder los So Welchen Level ich habe Ich habe Level 52 So und jetzt werden wir erstmal Einfach nur unsere Blutechos retten Ha 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 Ab in den Traum des Jägers Wir wollen ja nicht Dass die Blutechos irgendwie verloren gehen Nein 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 Immer so ein bisschen Druck Der einen dann so im Nacken steht Also geben wir die aus Also geben die aus Und so Wie gesagt Level 52 Jetzt können wir mal schauen Wir brauchen Mehr Ausdauer mehr Vitalität Ne Warte mal ausdauern lassen Wir so Stärke Und dann brauchen wir 18.000 für den nächsten Level Sehr schön Jetzt sind wir 55 Vitalität würde ich vielleicht auch 25 hochstufen Stärke auch Das bedeutet Wir bräuchten eigentlich 60.000 Und wir haben ja ordentlich von den Riesen hier Was gibt mir denn ein Achter 3000 Das können wir schon mal benutzen Haben wir mal 7 gehabt Also 21 Endere kriegen wir auf jeden Fall hin Ja Nehmen wir alle Damit haben wir auf jeden Fall Noch ein Level Stärke Und immer noch 18.000 Was bringt der 12 Über 20.000 Auch sehr schön Jetzt wo es noch ordentlich was bringt Machen wir das doch Oder Stärke Wollen wir noch 11.000 wieder Übrigens 2000 Sehr schön Übrigens 2000 Dann können wir Auch alle davon nutzen Haben wir 18.007 Wir brauchen jetzt wie viel 18.000 Und wie viel 19.426 Da haben wir sie Wir kommen da Was So Signifikanter Punkt für die Stärke Geben wir hier nochmal rein Und schauen mal eben Waffe verstärken Blutstein brauchen Warm Waffe 7 Könnten wir auch machen Aber hierfür bräuchten wir jetzt 5 Würde ich die lieber erstmal behalten Waffe reparieren Brauchen wir nicht Blutstein Verstärkung Da wird das ganze runtergehen No Okay sehr gut Haben wir jetzt alles gemacht Können wir uns direkt wieder auf den Weg Ja gut Kapelle war das So jetzt ist auf jeden Fall Kein Druck mehr vorhanden Dass wir irgendwie die Seelen wiederholen müssen Oder sowas Und da fühlt man sich auf jeden Fall schon mal ein bisschen befreit haben Was das ganze betrifft Wir haben die Waffe aufgelevelt Wir sind im Insgesamten stärker geworden Ich weiß auch gar nicht Ob wir an dieser Stelle schon Dann noch zu früh sind Aber das macht nicht Ich glaube nicht Aber ich habe das dumpfe Gefühl Dass wir vorhin einfach noch zu wach gewesen sind Gucken wir uns mal an Was Blumentopf dazu sagt Was sagst du zu unserer neu erlangten Power Oh das ist ja Beträchtlich Da sah Blumentopf nicht mehr so gut aus Ja shit Aber wir gehen mal eben hoch Gut Energie nehmen Okay ich habe zu wenig Energie im Portfolio Du dumme Drecksau So Was Ach gibt es doch nicht Dankeschön Wolf Das war ja unglaublich ungeschickt Da gibt es wieder Einen Tod dazu Wollte eigentlich nur da oben lang wegen Hier wie heißt es Da oben war ja noch das Ding ins Kirchen Gott wie heißt es jetzt Diese eine Kelch Den man hat untersuchen können Das hätte ich ganz gerne gemacht Aber naja Sollte Dann nicht Wir haben auf jeden Fall nur noch 18 Blutviolen Tschüss Blumentopf Das bedeutet Wir sollten vielleicht erst mal zum Boss gehen Und dann können wir uns um den restlichen Kümmern Sniper Blumentopf Und dann hier der Wilde Voll im Rücken Das läuft gerade gar nicht gut So mal eben kurz hier an die Seite Lauf weiter Zick zack Super zack Ja Kriegst du uns nicht Ey jetzt Reicht es mir mit dir hier Ein Treffer Ein einziger Treffer Bam Tod Und dann geht es mir gut Bis zum nächsten Mal.